Als erstes spricht jetzt aber zu dem Thema der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Florian Pronold. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden über ein ernstes Thema, nämlich über die Gesundheit von Menschen in den Städten. Und wir stellen fest, dass es allgemein in der Wissenschaft anerkannte Grenzwerte gibt für Stickstoffdioxid, die seit 1999 beschlossen worden sind, 2008 auch noch einmal durch die Bundesregierung bestätigt worden sind, die in einer gültigen Verordnung stehen und die helfen sollen, dass Menschen auch im Außenbereich unterwegs sein können, die besondere Vorerkrankungen haben wie Asthma, dass kleine Kinder, die besonders anfällig sind, Babys auch geschützt werden vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Und darum geht es im Kern. Und jetzt erleben wir hier zwei Anträge, die versuchen zu vernebeln und die im wahrsten Sinne des Wortes versuchen zu verharmlosen und auch die Automobilindustrie aus ihrer Verantwortung für die Nachrüstung zu nehmen, weil es nämlich so ist, dass eine ganze Menge der zugelassenen, legal zugelassenen Diesel-Pkw sechs bis achtmal mehr NOx ausstoßen als vorher im Labor. Und wenn wir diese Ausstöße nicht wegbekommen, dann ist es so, dass weiterhin Gesundheitsbelastungen in den Innenstädten auftreten, der besonders belasteten Städte. Und deswegen darf man den Druck dort auf die Automobilindustrie nicht dadurch negieren, indem man so tut, als gäbe es massenhaft fehlaufgestellte Messstellen oder als würden diese Grenzwerte willkürlich sein. Ich finde, wenn man sich die ganze Studienlage anschaut zu dem Thema, ist eines klar. Die Belastung mit NOx und Feinstaub ist schädlich. Und je mehr Menschen davon abbekommen, umso kränker werden sie. Und jetzt habe ich im Ausschuss gehört von der FDP, na ja, an den verkehrsbelasteten Straßen, da wohnen überwiegend ärmere Menschen. Und ärmere Menschen rauchen mehr. Und deswegen seien sie auch kränker. Und da finde ich, das schlägt also fast wirklich den Boden aus, wenn man so versucht, dann wissenschaftliche Erkenntnisse zu torpedieren. Und dann komme ich zu den Messstellen, wo die AfD ja mit immer einer kommt aus Athen, die angeblich falsch aufgestellt ist, was ich nicht weiß. Aber wenn die Griechen also darüber manipulieren wollten, und der Mythos ist ja immer, dass nur Deutschland angeblich so toll misst, und alle anderen wären davon überhaupt nicht betroffen, dann wundert es mich, warum Athen bei den zehn meistbelasteten Städten in Europa dabei ist, bei der NOx-Belastung. Dann wundert es mich, warum es dort wie in anderen Städten Fahrverbote gibt. Dann wundert es mich, warum die EU gegen 22 der 28 Mitgliedstaaten hier Überschreitungen feststellt und gegenüber 13 ein Verfahren eröffnet hat, wenn es angeblich nur in Deutschland so ist, dass wir hier alles genauer machen und alle anderen bescheißen. Das ist nicht so. Und jetzt hat man die Debatte in Nordrhein-Westfalen. Und da ist behauptet worden, da sind die Messstellen falsch aufgestellt worden. Und dann hat das Land Nordrhein-Westfalen den TÜV Rheinland beauftragt. Und er hat 49 Messstellen, die zu dem EU-Messnetz beitragen, überprüft. Und alle 49 liefern korrekte Ergebnisse. Und jetzt könnte man doch endlich einmal aufhören, den eigenen Länderverwaltungen, die übrigens komplett unterschiedlich politisch besetzt sind, zu misstrauen, die alle sagen, wir stellen nach den EU-Richtlinien ordnungsgemäß das Ganze auf. Aber nein, das passiert nicht, sondern es wird weiterhin an beliebig vielen Stellen so getan, als würde hier die eine oder andere Messstelle falsch stehen. Und man könnte dadurch Fahrverbote verhindern, indem man sie irgendwo hinstellt. Ich bitte an für das Bundesumweltministerium, dass wir bereit sind, alle Verkehrsmessstellen in jeglichem Bundesland auf eigene Kosten hier überprüfen zu lassen, um endlich mit diesem Mythos aufzuräumen und uns wirklich auf das zu konzentrieren, was Sache ist, nämlich den Gesundheitsschutz von Menschen nach vorne zu stellen. Nächster Redner, der Kollege Marc Bernhard, AfD-Fraktion. Und Marc Bernhard sitzt für die AfD im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegen! Seit fast einem Jahr reden wir jetzt über Dieselfahrverbote. Und was hat sich für die Menschen da draußen verändert? Nichts? Rein gar nichts. Bereits im März haben wir einen Antrag zur wissenschaftlichen Überprüfung des Stickstoffdioxidgrenzwertes eingebracht. Und liebe Kollegen von der FDP, diesen Antrag haben Sie vor wenigen Wochen abgelehnt, um jetzt, um jetzt, um jetzt selbst, dasselbe selbst zu beantragen. Daran sieht man, dass es Ihnen nicht darum geht, den Menschen da draußen zu helfen, sondern nur um reine Selbstdarstellung. Selbst, selbst die von uns beantragte öffentliche Anhörung mit Experten haben Sie gemeinsam mit allen anderen Fraktionen abgelehnt. Aber seien Sie unbesorgt, bei uns geht es um die Sache und nicht, wie bei Ihnen, um politische Spielchen. Und daher werden wir Ihrem Antrag zustimmen. Eine Woche vor der Wahl in Hessen hat die Bundeskanzlerin den Bürgern versprochen, im Gesetz klarzustellen, bis 50 Mikrogramm gibt es keine Fahrverbote. Nun, liebe Kollegen von der CDU, ab Januar soll es tatsächlich Fahrverbote in vielen Städten geben. Und die Menschen da draußen fragen sich zu Recht, wo bleibt Ihre versprochene Gesetzesänderung? Und selbst, wenn ein Adventskranz den aktuellen Grenzwert überschreitet, dann ist sicher nicht der Adventskranz das Problem, sondern der Grenzwert. Und wie Sie in der Zeit lesen konnten, wie Sie alle in der Zeit lesen konnten, kam dieser Wert zustande, weil völlig ratlose Experten der WHO die Erhöhung des Stickstoffdioxids in der Küche durch einen Gasherd abgeschätzt haben. Von Brüssel wurde dann daraus völlig willkürlich ein Grenzwert von 40 Mikrogramm für die Außenluft zusammengebastelt. Bis heute gibt es keinen einzigen Beleg dafür, dass die Zahl irgendetwas mit gesundheitlichen Auswirkungen zu tun hätte. Und wie erklären Sie sich eigentlich, dass von 28 EU-Staaten neben Deutschland nur zwei verklagt werden, obwohl in ganz Europa die Situation in den Innenstädten ähnlich ist und überall die gleichen Autos gefahren werden? Das liegt einzig und allein daran, dass die Messstationen praktisch nach Belieben aufgestellt werden können. Und so ist der Manipulation Tür und Tor geöffnet. Und genau das passiert auch. Messstationen werden in Deutschland so aufgestellt, dass es zwangsläufig zu Fahrverboten kommen muss. Allein, wenn die Messstation nur um vier Meter weiter von der Straße weggestellt wird, verringert sich das Stickstoffdioxid schon um 40 Prozent. Und Oldenburg bringt den ganzen Irrsinn auf den Punkt. Dort wurden an einer Straße, die wegen einem Marathonlauf gesperrt war, fast 40 Mikrogramm gemessen. Und das Umweltbundesamt hält die Messwerte nicht nur für plausibel, sondern gibt sogar zu, dass der Stickstoffdioxid in der Luft ohne ein einziges Auto fast den Grenzwert erreicht. Jeglicher Straßenverkehr führt also ganz zwangsläufig zu einer Überschreitung dieses willkürlichen Grenzwerts und damit zu Fahrverboten. Und zu allem Überfluss sind die Fahrverbote auch völlig nutzlos. In Stuttgart sollen die geplanten Fahrverbote nur zu einer Absenkung der NOx-Werte um 4,6 Mikrogramm führen. Bei einem Ausgangswert von 61, also gerade mal um lächerliche 7 Prozent. Und in Hamburg sind die Stickstoffdioxidwerte seit dem Fahrverbot Anfang Juni sogar noch gestiegen. Aber andere Frage stellt sich, aber wer klagt denn eigentlich diese sinnlosen Fahrverbote und sogar die Sperrung von Autobahnen in ganz Deutschland ein? Die sogenannte Deutsche Umwelthilfe. Ein obskurer Verein mit weniger als 300 Mitgliedern. Ein Verein, der sein Geld damit verdient, dass er kleinen gewerbetreibenden Abmahngebühren abpresst. Höhnisch nennt man das dann ökologische Marktüberwachung. In einem anderen Milieu würde man von Schutzgelderpressung sprechen. Die Deutsche Umwelthilfe überzieht Städte und Gemeinden mit Fahrverbotsklagen, finanziert durch sie von der Regierung und vor allem durch ausländische Industriekonzerne wie Toyota. Und das strategische Ziel ist klar, die Zerstörung der deutschen Automobilindustrie und Millionen von Arbeitsplätzen. Dieses bizarre Schauspiel muss endlich beendet werden. Und noch ein letzter Satz zu den Kollegen der CDU. Halten Sie sich nur ein einziges Mal an eines Ihrer Wahlversprechen und sorgen Sie dafür, dass es wie von der Kanzlerin versprochen zu keinen Fahrverboten kommt. Marc Bernhard von der AfD war das und er hat es hier angesprochen. Die Bundesregierung versucht, durch die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes hier Fahrverbote zu verhindern, indem sie nämlich gesagt hat, dass in Städten mit einer Stickoxidbelastung von unter 50 Mikrogramm pro Kubikmeter die Fahrverbote in der Regel nicht verhältnismäßig seien. Und die Kommunen können dann allerdings selbst entscheiden, ob sie Fahrverbote für nötig halten oder nicht. Damit sollen dann solche Fahrverbote, wie sie jetzt eventuell durch Klagen erreicht wurden, nicht mehr vorkommen können. Als Nächste spricht Carsten Böhring von der Unionsfraktion. ... der EU auf die verschiedenen Stufen im Vertragsverletzungsverfahren bis hin zur Klage vom EuGH gesagt hat, behauptet nach wie vor, es seien nur zwei Länder. Ich verstehe auch nicht, warum er uns einerseits vorwirft, wir machen die Messstellen so, dass Fahrverbote entstehen, während wir hier alles tun, um Fahrverbote zu vermeiden. Also konsistent ist das auch nicht. Aber kommen wir mal zum Kern des Themas, um das es hier geht. Und machen wir uns mal ein paar Punkte klar, weil wir in der Tat es hier mit gesundheitlicher Beeinträchtigung zu tun haben. Bei der gesundheitlichen Beeinträchtigung, bei der Lebensdauer eines Menschen, haben wir interne Faktoren, die hängen vom Einzelnen ab, wie viel er sich bewegt, wie viel er raucht, wie viel er isst, aber auch externe Faktoren, Arbeitsunfälle, Verkehrsunfälle, aber auch Umweltbelastungen, Gifte und gesundheitsschädliche Stoffe in der Luft. Und deswegen ist völlig klar, dass unsere Aufgabe in der Politik ist, diese Einflüsse von außen zu minimieren. Dazu gehören die Luftschadstoffe. Es ist völlig klar. Und jetzt mal zu der Frage der Grenzwerte. Die Diskussion, auf die die 40 Mikrogramm zurückgehen, ist in den 90er Jahren geführt worden. Vielleicht haben wir heute eine andere Grundlage. Wir haben aber inzwischen zahlreiche Studien mehr und die auch dauernd überprüft werden. Und die Gesellschaft der Lungenärzte in Deutschland sagt uns eins. Sie sagt, ein Grenzwert von 40 Mikrogramm ist ein gesetzter. Dafür gibt es medizinisch keinen zwingenden Grund, dass der 40 Mikrogramm ist. Der könnte auch 20 Mikrogramm sein oder auch mehr. Es kommt auf die Gesamtsituation an. Und für uns ist entscheidend, was das denn bedeutet. Wenn wir einen Grenzwert setzen, ob wir das hier im Parlament machen oder ob die EU das macht, dann heißt das auf Deutsch, es ist ein Auftrag an uns, so zu handeln, dass dieser Grenzwert eingehalten wird. Und das ist uns bisher nicht gelungen. Es ist uns nicht gelungen, weil wir in der Anfangszeit, als dieser Grenzwert galt, ihn vielleicht nicht ernst genug genommen haben. Und zwar durch die ganze Bandbreite der öffentlichen Diskussion. Vielleicht den einen oder anderen ausgenommen. Und der entscheidende Punkt dabei ist, wir müssen ihn aber erreichen, weil wir ihn uns gesetzt haben. Und wir werden ihn vielleicht ja auch noch mal verschärfen in den nächsten Jahren. Dieser Auftrag bleibt. Jetzt kommt aber die Frage, wie erreichen wir das? Und was machen wir in der Zwischenzeit? Wir haben einen Zeitdruck ohne Frage. Weil der entscheidende Punkt ist eigentlich, was müssen wir machen oder was müssen wir erdulden, in Anführungszeichen, in dieser Zwischenzeit. Wir können Vorwürfe machen an die Autoindustrie. Die hat sich nach den gesetzlichen Regeln gehalten, mit Ausnahme derjenigen, die die Manipulation auf dem Motorstand gemacht haben. Diese Bandbreite haben wir oder die EU ihnen zugelassen. Ausländische Fahrzeughersteller, die in Deutschland ihre Fahrzeuge absetzen, sagen, wir haben alles richtig gemacht. Die können wir auch gar nicht in Haftung nehmen. Unsere können wir auffordern, macht was. Software-Updates, Nachrüstung, alles Mögliche. Aber der entscheidende Punkt dabei ist, wir wissen alle, dass die Luftschadstoffe aus verschiedenen Quellen kommen. Aus der Industrie, aus der Landwirtschaft, aus dem Verkehr. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wieso soll der Verkehrssektor, weil er am leichtesten greifbar ist, die Zeit, die wir brauchen, um die 40 Mikrogramm zu erreichen, dadurch fördern, bestrafen, begleiten, dass so und so viele Fahrzeuge nicht fahren dürfen. Und hier geht es um die Frage, welche Maßnahmen sind verhältnismäßig. Dass wir jetzt keinen Druck mehr brauchen, um alles zu machen, diese Ziele zu erreichen, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber ob wir Fahrverbote brauchen, sagen einige Gerichte ja. Wir werden aber definieren, dass Fahrverbote innerhalb einer bestimmten Bandbreite von 10 Mikrogramm Überschreitung des Grenzwirts nicht verhältnismäßig sind. Die Beeinträchtigung für diese Zeit, in der dieser Grenzwert nicht erreicht wird, steht in keinem Verhältnis zu der Beeinträchtigung, die wir durch die Fahrverbote, vor allen Dingen, wenn sie großräumig sind, erreichen. Und deswegen wollen wir diese Fahrverbote nicht. Und gleichzeitig wollen wir aber alles tun, um diese Grenzwerte zu erreichen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür tut die Bundesregierung einiges. Und dafür tun wir einiges. Wir haben mit erheblichen Mitteln Programme aufgelegt, die zur Reduzierung führen. Denn worauf kommt es denn an? Es kommt darauf an, dass wir den Verkehr, der sich überwiegend in der Stadt abspielt, die Lieferverkehre, die städtischen Verkehre, die Verkehrsbetriebe, die Müllverkehre und, 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 dass diese Verkehre möglichst schnell so schadstoffarm in ihrer Emission gemacht werden, wie es geht. Und dafür haben wir ein großes Förderprogramm aufgelegt. Und ich sage mal, das ist der richtige Weg. Ich hatte das Vergnügen, heute Morgen, heute Nachmittag, zwei Stunden vor dieser Veranstaltung, beim Bundesverkehrsministerium zwei Förderbescheide entgegennehmen zu dürfen. Ungefähr 19 Millionen Euro für die Förderung von Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Deren Sinn ist es, Schadstoffreduzierung zu erreichen, indem man Verkehre steuert. In der letzten Woche gab es allein für Köln drei Millionen Euro für die Umrüstung auf Elektromobilität. Im Juni haben wir schon mehrere Millionen für ähnliche Programme bekommen. Dieses Programm ist der richtige Weg, den wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen und nicht Fahrverbote. Und deswegen sage ich mal herzlichen Dank an das Plenum, das den Haushalt beschlossen hat, und an das Bundesverkehrsministerium, das diese Mittel vernünftig ausgibt und dafür sorgt, auf diese Weise, dass wir unserem Ziel, die Grenzwerte einzuhalten, erheblich näher kommen. Dieser Weg ist der richtige. Wir werden ihn weitergeben. Carsten Möhring war das. Und die nächste Rednerin ist Judith Skudelny. Sie ist die umweltpolitische Sprecherin der FDP. Meine Damen und Herren, seit Februar dieses Jahres ist klar, dass das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, es kann und es wird voraussichtlich zu Fahrverboten in Deutschland kommen. Und jetzt schauen wir doch zunächst einmal, was hat sich denn seit Februar getan? Das Erste, was wir gemerkt haben, ist, dass die Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer in Deutschland kalt enteignet worden sind. Kalt enteignet zum einen, weil der Restwert ihrer Fahrzeuge dramatisch eingebrochen sind. Und kalt enteignet im Zweiten, auch weil sie ihre Fahrzeuge nicht mehr im vollen Umfang so nutzen können, wie sie sie ursprünglich nutzen wollten. Und das, obwohl viele von Ihnen sich mit Absicht für ein umweltfreundliches Fahrzeug entschieden haben. Und es gilt nicht nur für Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge, sondern seit Herr Resch durch die Lande läuft und sagt, die Euro 6 sind auch bedroht, gilt es auch für Dieselfahrer der Euro 6 Klasse. Und das sind Neufahrzeuge, meine Damen und Herren. Als zweites haben die Menschen natürlich darauf reagiert. Sie haben sich andere Fahrzeuge gekauft, aber nicht wie viele hier im Haus hoffen mit alternativen Antrieben. Von 100 Fahrzeugen, die die Bundesregierung anschafft, sind auch nur 5 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Die allermeisten Neufahrzeuge, die gekauft werden, sind Benziner. Und die haben eben einen höheren CO2-Ausstoß. Und deswegen, wenn wir beim Kraftfahrzeugbundesamt gucken, was ist denn passiert? Wir stoßen viel mehr CO2 im Verkehrsbereich aus. Und damit haben wir den Teufel mit dem Bezebub ausgetrieben. Und wer denkt, und wer wirklich denkt, dass die Fahrverbote dazu führen, dass die Luft sauberer wird, der hat nicht nach Hamburg geschaut. Zum einen erhöhen sich dort an den Messstellen die Grenzwerte, und zum anderen fahren die Leute außen rum. Und wenn wir mit dem Urteil von Düsseldorf schauen, was passiert, dann werden die Emissionen verlagert von den Innenstädten, von den Hauptstraßen in die Wohngebiete und von den Autobahnen in die kleinen Ortschaften. Und eine Verdrängung der Luftbelastung kann ja wohl nicht das Ziel der Umweltpolitik dieses Bundeshauses sein. Und wer öffentliche Verkehrsmittel nutzt und ab und zu mal Straßenbahn fährt, der sieht auch den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Und ja, da sind gute Ansätze drin. Sie wollen bei der Verhältnismäßigkeit ansetzen. Das ist gut und richtig. Allerdings hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil schon bezweifelt, ob das der richtige und vor allem juristisch tragbare Weg ist. Das wird die Zukunft noch weisen. Wir würden es auf jeden Fall wünschen, weil es eine Maßnahme ist. Eine bessere Maßnahme wäre es aber tatsächlich, diese Fahrverbote im Kern zu vermeiden. Und das geht eben, indem man die Messstellen zunächst einmal überprüft. Und da gibt es zwei Wege der Überprüfung und zwei Wege, wie man es anschauen kann. Das eine ist das Wörtliche. Man nimmt ein Gesetz und guckt, wurde das Gesetz Wort für Wort umgesetzt. Und ja, da werden wahrscheinlich die meisten Messstellen richtig sein. Die Frage ist aber, treffen die Messstellen tatsächlich den Sinn und Zweck dieser Verordnung? Und da muss ich Ihnen sagen, Herr Pronold, nein, Sie treffen es nicht. Weil da steht nämlich drin, wir wollen nicht den an- und abfahrenden Verkehr, beispielsweise wie in Stuttgart und wie in München, messen, sondern wir wollen die Hintergrundbelastung messen. Und das treffen wir damit nicht. Und deswegen finde ich es gut, dass Sie es überprüfen. Aber bitte nicht nur in der wörtlichen, sondern auch in der sogenannten teleologischen Auslegung. Und da stehen die Messstellen eben nicht korrekt. Wir brauchen auch eine Überprüfung der Grenzwerte, weil tatsächlich ist ja nicht nur die Höhe der Belastung, sondern auch die Dauer der Belastung maßgeblich. Und wenn wir die Verantwortung denjenigen wieder zurückgeben möchten, die für das Wohl der Bürger vor Ort zuständig sind, dann müssen wir auch hier noch überprüfen, ob tatsächlich die Aufenthaltsdauer an den hochbelasteten Stellen so groß ist. Und wenn Sie schauen, am Neckartor gehen wenige kleine Kinder vorbei, da geht überhaupt niemand vorbei. Deswegen könnte man sagen, da ist vielleicht mehr Toleranz drin als an anderen Stellen, wo die Wohnbebauung und die Menschen sich einfach länger aufhalten. Damit wir diese Flexibilität haben und damit wir die Verantwortung wieder in die Kommunen geben können, sollten wir auch die Messstellen auf europäischer Ebene noch mal überprüfen. Und was das Moratorium betrifft, natürlich brauchen wir Zeit. Und wir brauchen eine Karenzzeit, wie es der Herr Möhring im Ausschuss gesagt hat. Wir brauchen ein Moratorium, wie wir es formulieren. Und das können wir auch im Vertragsverletzungsverfahren noch auf europäischer Ebene verhandeln. Aber vielleicht sollten wir dann Menschen nach Europa schicken, die auch in der Lage sind, Vereinbarungen zu treffen. Der Letzte ist eine Umweltministerin nach Europa gegangen, um CO2-Flottengrenzwerte zu verhandeln, hat die Willen der Bundesregierung nicht umgesetzt und hat sich dafür bei ihren eigenen Leuten in Deutschland feiern lassen. Das Dieselthema ist ein Chefthema. Wir sollten die besten Leute nach Europa schicken. Und wenn die Chefin selber mal damit reden würde, dann würden wir vielleicht auch das Moratorium bekommen. Und ein letztes, weil auch wir die DUH zugrunde lieben. Ein Punkt. Liebe Union, bitte keine untauglichen Anträge auf Parteiebene stellen, sondern verhindern, dass der Wirtschaftsminister die deutsche Umwelthilfe auch noch mit lukrativen Aufträgen versorgt. Das wäre mal ein erster Schritt, um hier auch mal ein Zeichen zu setzen. Judith Skudelny, die umweltpolitische Sprecherin der FDP, war das. Und auf sie folgt jetzt der umweltpolitische Sprecher der Linksfraktion, Ralf Lenkert. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier wird viel über einen Durchschnittsgrenzwert geredet. Das ist ein Jahresmittelwert. Die Belastung geht von Spitzenwerten aus. Wenn ich diese rechte Seite höre, muss ich immer an ein altes russisches Sprichwort denken. Der Teich war im Durchschnitt einen Meter tief. Trotzdem ist die Kuh ertrunken. Letzten Montag stand ich an einer stark befahrenen Kreuzung. Es war kalt, es war neblig. Neben mir stand eine Mutter mit ihrem Kinderwagen und dem zweiten Kind. Die Schwaden aus den Auspuffen waren genau am dichtesten, genau in Kopfhöhe der Kinder. Die Messstation, 25 Meter entfernt, nach Messvorschrift. Vier Meter neben der Straße, nach Messvorschrift. Zwei Meter in der Höhe, nach Messvorschrift. Ich kann Ihnen als Techniker ein bisschen versichern. Der dort gemessene Mittelwert deckt viel ab, aber definitiv nicht die Belastung, die diese Kinder ausgesetzt sind. Und jetzt zu AfD und FDP. Und die wollen die Messwerte noch unrealer erfassen. Die neuen Forderungen lauten, 50 Meter weg von Kreuzung, zehn Meter weg von der Straße, vier Meter in die Höhe und dann auch noch drei Meter Abstand zu jedem Haus. Im Klartext, überall dort, wie in Straßenschluchten, wo Belastungen hoch sind, werden sie zukünftig nicht mehr messen dürfen. Und was man nicht misst, das weiß man nicht und dann braucht man nichts machen. So eine Politik werden wir nicht mitmachen. Und liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, eine Frage an Sie. Haben Sie schon mal im Stau hinter einem alten Diesel gestanden? Da wissen Sie, woher das Wort Stickoxide kommt. Die Messungen, um zu vergleichen, wie denn eigentlich die Belastung von den jetzigen Messpunkten ansteigt, zu dem, was Sie real einatmen, sei es als Fußgänger, als Radfahrer oder als Autofahrer über die Lüftung, wurden nie durchgeführt. Zumindest habe ich nichts gefunden. Das Einzige, was ich fand, war eine Vergleichsmessung von einer Autobahn der A4 bei Olpe. Dort hat man folgende Werte gemessen, damit man mal sieht, wie sich das verändert. In 11 Metern Entfernung waren es 90 Mikrogramm im Jahresdurchschnitt. In 1,5 Meter Entfernung waren es schon 170 Mikrogramm. Und im Mittelstreifen, was in etwa dem entspricht, wenn Sie an einer Kreuzung ohne Stau stehen, waren es 350 Mikrogramm. Das heißt, das sind ganz andere Werte. Und wenn man schon eine ärztliche Untersuchung sinnvoll machen will, dann müsste man gucken, wie diese realen Werte, denen wir ausgesetzt sind, wirken und nicht wie einen Fantasiemittelwert über das ganze Jahr gemittelt. Und jetzt möchte ich mich mal fragen, wie kommt es eigentlich, dass die FDP die Grenzwerte weiter verwässern will? Verwässern, also verwässern, noch schlechter machen will. Und da kann ich nur einen sagen. Da wundert es natürlich nicht, wenn man sieht, dass sie 50.001 Euro kriegt von der Familie Quandt, 50.001 Euro als Großspende von der Familie Klatten und von dem nicht ganz unbedeutenden Autovermieter SIX 55.000 Euro. Das sind die Silberlinge, die sie erhalten, damit die Grenzwerte aufgeweicht werden. Und statt Messvorschriften einzustampfen, statt als Kompanion von Betrügern zu arbeiten, sollten für uns als Linke die zur Kasse gebeten werden, die den ganzen Schlamassel verursacht haben. Daimler, BMW und VW haben von 2014 bis 2017 117 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen. Davon 55 Milliarden allein in den letzten zwei Jahren. Da soll es doch möglich sein, dass sie 10 Milliarden Euro für die Nachrüstung der Diesel-Pkw mit Katalysatoren ausgeben. Als Strafe für falsche Verbrauchsangaben. Und dann können die Konzerne auch durchaus dafür zahlen, dass, wenn die Grenzwerte gerissen werden sollen, der öffentliche Personennahverkehr in diesen Regionen kostenfrei ist, sie bezahlen dann die Fahrscheine. Und ganz nebenbei können sie natürlich dann für Stuttgart und für andere Städte noch Erdgas- oder Wasserstoffbetriebene Busse bereitstellen, auf ihre Kosten als Kompensation für ihren Betrug. Wenn man das macht, wird die Luftqualität besser. Und für die Schummelsoftware muss es auch noch eine Strafe geben. Und mit dieser Strafe finanzieren wir die Nachrüstung von Baufahrzeugen. Mit dieser Strafe finanzieren wir die Nachrüstung von Bussen. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir ein ganz anderes Ergebnis. Dann brauchen wir keine Fahrverbote. Nicht, weil wir bei den Messwerten schummeln, sondern weil die Luft einfach besser geworden ist. Vielen Dank. Der nächste Redner für Bündnis 90 Grüne, der Kollege Oliver Grischer. Und er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Sinn von Grenzwerten ist, dass man sie einhält, um die Gesundheit von Menschen zu schützen. Und dass der Staat alles dafür tut, dass diese Grenzwerte auch eingehalten werden. Und wenn ich mir Ihren Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, angucke, da kann niemand, niemand, der einen solchen Antrag stellt, das ernst meinen. Sie wollen am Ende nur, und darum geht es doch, darum geht es doch, Sie wollen diesen Grenzwert weghaben, weil Sie die Interessen der Automobilindustrie vertreten, weil Sie das wichtiger finden als die Gesundheit der Menschen. Das muss man doch mal klipp und klar sagen. Sie fordern, Sie fordern in Ihrem Antrag ein zehnjähriges Moratorium für einen Grenzwert, der zehn Jahre schon gilt. Und vorher haben Sie sich nie mit diesem Grenzwert auseinandergesetzt. Das hat Sie nie interessiert. Erst als er relevant wurde, da kamen Sie dann plötzlich an. Und das zeigt doch ganz ehrlich, dass es nicht um Gesundheitsschutz geht, dass es einfach hier um Partikularinteressen geht. Und Frau Skudelny, eines sollte Ihnen doch mal zu denken geben, dass Sie jetzt schon einen Wettbewerb mit der AfD über das Urreberhecht haben, dass da Anträge vorliegen, die bis in die wörtliche Formulierung identisch sind. Wo positioniert sich die FDP da eigentlich bitte im Spektrum? Diese Frage sollten Sie doch intern mal diskutieren, wo Sie da laufen. Und dann behaupten Sie immer wieder, das kommt immer wieder in den Debatten, und leider auch von den Kollegen der CDU, dass es falsch gemessen würde. Ja, also, da gucken wir doch nur mal nach Nordrhein-Westfalen. Da regiert eine schwarz-gelbe Regierung. Und die hat nachmessen lassen. Die hat das noch nicht mal selber gemacht. Sie hat den TÜV beauftragt. Und von den 49 amtlichen Messstationen messen 49 richtig. Wir haben also die Situation, dass die Partei von Christian Lindner hier die Behauptungen der Bundestagsfraktion von Christian Lindner widerlegt. Das zeigt doch, es sind nur Fake News, mit denen Sie rumlaufen, um hier Verunsicherung zu betreiben, um hier Ihre Interessenpolitik durchzusetzen. Und hören Sie bitte doch damit auf. Das ist doch ehrlich gesagt absurd. Und man kann die ganzen Beispiele durchgehen, wo angeblich falsch gemessen wird. Überall entpuppt sich das als Fake News. Die offiziellen amtlichen Messstationen, da wird in Deutschland richtig EU-konform gemessen. Das sieht man auch daran, dass Sie es vorher nie problematisiert haben, wo Sie selber teilweise auch dann hier in Regierungsverantwortung haben. Das zeigt, es geht Ihnen um etwas ganz anderes. Es geht Ihnen am Ende nur darum, hier die Interessen der Automobilindustrie durchzusetzen. Weil sonst würden Sie in so einem Antrag, den Sie hier vorlegen, auch mal eine Hardware-Nachrüstung fordern. Und nur eine konkrete Maßnahme fordern, wie man denn die Luft besser machen kann. Da findet sich in Ihrem Antrag aber kein einziges Wort zu. Kein Wort zu. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Gerne. Also, vielleicht zur Richtungsstellung, dass das EU-konform ist. Das bezweifeln wir ja teilweise gar nicht. Aber jetzt zu meiner Frage. Wie beurteilen Sie denn die Situation in Oldenburg, bei denen erhöhte Messwerte an Tagen festgestellt worden ist, wo gar keine Autos gefahren sind, sondern wo ein Marathon stattgefunden hat? Also, über die Ursachen von Stickoxidbelastungen hat der Kollege Möhring eben etwas Richtiges gesagt. Ich habe gedacht, dass es natürlich nicht nur den Straßenverkehr gibt, sondern dass es andere Belastungen gibt. Aber Ihre Frau Skudelny hat zum Beispiel in der Einbringungsrede hier, als Sie den Antrag eingebracht haben, ist auch von anderen Kollegen gekommen, behauptet, in der Stadt Aachen, wo ich herkomme, da würde falsch gemessen, da würde alles schieflaufen. Was ist in Aachen Fakt? Die beiden offiziellen Messstationen des Landes messen selbstverständlich richtig. Nur die Stadt hat selber noch mal nachgemessen. Und da war dann bei den 30 Messstationen eine, die tatsächlich falsch hing. Aber da ist inzwischen rausgekommen, das ist das Interessante, wenn man sie anders aufhämmt, ist der Wert sogar noch gestiegen. Also, interessant, was Sie da verbreiten. Ist die Frage damit beantwortet. Einfach nur für Unsicherung. Gut. So, und ich möchte hier noch, weil ich das in der Debatte sehr, sehr wichtig finde, das kam ja gerade auch, ein Satz zur Deutschen Umwelthilfe sagen und zu dem, was sich hinter dieser Debatte versteckt. Ich finde es ehrlich gesagt einen Skandal, dass hier Umweltorganisationen, die nichts anderes tun, die nichts anderes tun, als gültige Gesetze vor Gericht einzuklagen, dass die hier kriminalisiert werden. Und dass man das hier von dem rechten Spektrum, da erwarte ich ja gar nichts anders. Aber mal ehrlich gesagt, dass das von Mitgliedern der Bundesregierung, da sitzt Herr Bilger, der kann ja so unschuldig gucken, wenn er da sitzt, oder Herr Barreis, der war eben da, dass das Mitglieder der Bundesregierung tun, dass Umweltorganisationen kriminalisiert werden, die nichts anderes machen, als die geltenden Gesetze einzuklagen. Die Fahrverbote werden nicht von der Deutschen Umwelthilfe erlassen, sie werden von Gerichten erlassen. Und wenn wir das anfangen, dass wir Organisationen kriminalisieren, nur weil sie für geltendes Recht kämpfen, dann ist das die Urbanisierung Ihres Landes. Und ich kann nur unseres Landes, ich kann nur appellieren an Ihren Parteitag, wo das ja zur Abstimmung steht, überlegen Sie sich genau, was Sie da machen an der Stelle. Weil sonst werden wir hier Debatten führen und zum Beispiel auch mal die Frage aufwerfen, warum eigentlich der Verband der Deutschen Automobilwirtschaft ein gemeinnütziger Verein, der zentrale Lobbyverband ist. Das erschließt sich mir nicht. Und ich würde ungern diese Debatten hier führen. Aber wenn Sie dieses Feld aufmachen und hier Organisationen kriminalisieren, dann würde es das geben. Herr Kollege Grischer, kommen Sie bitte zum Ende. Und das kann, ehrlich gesagt, in einem Rechtsstaat nicht sein. Dann ist hier nicht nur die Gesundheit und die Umwelt gefährdet, dann ist auch der Rechtsstaat gefährdet, wenn wir uns auf diese Ebene begeben, meine Damen und Herren. Oliver Grischer war das und er hat das angesprochen. Das ist einige Kritik an der Deutschen Umwelthilfe gibt, die die ganzen Klagen hier für Fahrverbote führt, ob es sich bei der Deutschen Umwelthilfe um eine gemeinnützige Organisation handelt. Als nächstes kommt jetzt Arno Klare von der SPD. Ja, Sie sind es. Ich kenne 150 Studien, 120 davon habe ich gelesen. Und in allen Studien stehen genau diese Werte drin. Und die WHO macht Metastudien und hat dann diesen Wert festgelegt. Also der Wert ist valide. Was sollte getan werden? Was kann man tun? Und ein Stichwort ist gerade schon mal gefallen. Das ist sehr wichtig. Technische Hardwarenachrüstung ein Fahrzeug. Aus dem Programm saubere Luft, eine Milliarde steckt da drin. Machen wir das? Das geht bei ÖPNV-Bussen. Das geht bei Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs, also was den Städten gehört. Das geht auch bei Taxen. Und das, was aussteht, natürlich die Masse der Fahrzeuge, das sind die Pkw in privatem Besitz. Und da kann ich jetzt ganz offen sagen, wir haben drei Jahre verloren. Denn die Hardwarenachrüster, der deutsche Mittelstand übrigens, sehr erfinderisch, mit ganz vielen Arbeitsplätzen, der hat genau diese Hardwarenachrüstung seit Jahren schon entwickelt gehabt. Und wir haben es ein wenig verabsäumt, dort ein bisschen den Druck zu entfalten, der notwendig gewesen wäre. Jetzt haben sich dankenswerterweise Daimler und VW bereit erklärt, 3000 Euro pro Fahrzeughalter oder pro Fahrzeug zu geben, um die Nachrüstung zu vollziehen. Ein sehr wichtiger Schritt. Und am letzten Donnerstag in dieser Woche, am vergangenen Donnerstag, hat das erste Treffen zwischen diesen Nachrüstfirmen und Daimler in Stuttgart stattgefunden. Und ich warte jetzt darauf, dass VW mal zu einem ähnlichen Termin einlädt. Zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, alternativer Antriebe. Auch das ist gerade schon gefallen. Das heißt, wir müssen viel mehr setzen auf E-Fuels, also auf die synthetischen Kraftstoffe. Wir müssen aus Sonne und Wind gewonnene Kraftstoffe sind das ja. Da verbindet sich die Energiewende mit der Verkehrswende, Sektorkopplung. Das müssen wir hinbekommen. Und wir brauchen als dritten Punkt natürlich so etwas wie Verkehrslenkung. Auch meine Stadt kann ich, Herr Möhrung, ihr habt ja gerade schon mal getroffen, auch wir haben in Mülheim an der Ruhr Zuwendungen dieser Art bekommen. Ich bin mir auch sehr dankbar, um jetzt den Verkehr in Mülheim an der Ruhr besser lenken, steuern zu können, flüssiger zu halten. Aus dem Programm saubere Luft ist das übrigens. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist ÖPNV-Optimierung. Auch das ist im Programm saubere Luft angesprochen und wird ja auch finanziert und wird auch abgerufen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, das möchte ich jetzt im Zusammenhang sagen. Und diese ÖPNV-Optimierung auch in dem Programm, auch in anderen Programmen. Wir werden das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz auf eine Milliarde anheben im Jahr. Das bedeutet, es gibt mehr Mittel, investive Mittel für den ÖPNV in den Städten. Wir haben in der letzten Legislaturperiode eine Milliarde draufgelegt bei den Regionalisierungsmitteln. All das hilft, dem öffentlichen Verkehr besser zu werden. All das hilft, die Werte herunterzubekommen, die Menschen vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zu bekommen. Wir fördern Radwege. Auch das ist ein wichtiges Programm. Auch das ist jetzt im Bundesverkehrswegeplan sogar enthalten. Und das wird alles zusammengenommen dazu führen, dass die Werte besser werden. Und das, was gerade angemahnt wurde, nämlich die Novellierung des Bundes-Emissionsschutzgesetzes, hier ein Paragraf 40a, wird im Januar, der Vorschlag ist schon längst da, der ist schon formuliert, wird im Januar im Bundesrat verhandelt werden und dann den Bundestag erreichen. Nein, zu spät. Also zu sagen, da gäbe es nichts, ist schlichter Unsinn. Der Kollege Mario Miroch hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, mein lieber Herr Klare, die WHO-Meta-Studie, die hat andere vorliegende Studien miteinander verglichen, bei denen die Grundlagen zum Teil völlig unterschiedlich waren. Das ist ungefähr so, als wenn ich Äpfel mit Birnen vergleiche, um die Frage zu beantworten, ob eine Banane gelb ist. So viel dazu. Fassen wir das erstmal so weit zusammen, was jetzt im Kern der einigermaßen gleichlautenden Anträge letzten Endes rauskommt. Brüssel soll helfen. Aber wer kann ernsthaft erwarten, dass von dort etwas Sinnvolles kommt, wenn wir auch hier seitens der Bundesregierung, wie im März, Einspruchsfristen gegen von dort gesetzte Emissionsgrenzwerte einfach verstreichen lassen und uns nicht dazu rühren. Das wirft die Frage auf, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, zum Beispiel im Bundesumweltministerium. Wer sitzt dort seit Jahren, war Präsident des NABU und des Umweltbundesamtes. Wessen von ihm mitgegründeter Verkehrsklub Deutschland verklagt eigentlich zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe dauernd das halbe Land. Was treibt denn eigentlich der Herr Staatssekretär Jochen Flassbart dort? Für wessen Interessen ist er da eigentlich tätig? Unter Umständen könnte diese Frage in der FDP von Michael Theurer beantwortet werden, in der CDU vielleicht von Marc Helfrich oder Klaus Töpfer, in der SPD vielleicht von Herrn Saathoff und von den Grünen. Herr Krischer, der hat ja hier gerade gesprochen. Denn die sitzen zusammen mit dem Herrn Flassbart im Rat der Agora, einem Klüngelklub, den kaum einer der Menschen, die oben auf den Tribünen sitzen, kennt. Dort sagt zum Beispiel der Herr Flassbart, in den Klimaschutzplan haben wir reingeschrieben, dass wir ab 2030 eigentlich keine Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren mehr zulassen dürfen. Meine Damen und Herren auf der Tribüne, Sie werden nicht mehr gefragt, ob Sie das überhaupt wollen. Das entscheidet man dort, im Hinterzimmer. Sie dürfen das alles nur bezahlen, beim EEG, beim Sprit, mit Gebühren und Abgaben oder mit Millionen für Steuergelder, für Studien- und Bürgerdialoge, die Ihnen dann erklären, Zitat, auf der Bürgerseite steht allerdings oft auch die Fehleinschätzung, dass ein Perteidigungsverfahren der richtige Ort sei, um ein Projekt ganz zu verhindern. Welch eine Dreistigkeit! Übrigens, Herr Flassbart forderte letzten Monat, dass der Sprit teurer werden müsse. Seine Begründung? Die Strompreise wären angestiegen. Unfassbar! Der Rücktritt dieses Staatssekretäres wäre der gebotene Anfang, um hier endlich wieder zu demokratischen Strukturen zurückzukehren. Dankeschön. Mario Mieruch war das. Und weil er fraktionslos ist, gibt es hier nicht, wie sonst üblich, Applaus, wenn er auf die Bühne, wollte ich schon sagen, zum Rednerpult tritt. Und auch nicht, wenn er seine Rede beendet. Für den nächsten Redner gab es das aber wieder. Felix Schreiner ist von der Unionsfraktion. ... zurückzuführen und die gewohnt oftmals sehr emotionale Diskussion einfach auch mal sachlich zu betrachten. Und erstens möchte ich feststellen, dass es eben nicht stimmt, dass die Bundesregierung nichts macht. Die Stickoxidbelastung im Straßenverkehr sinkt seit Jahren kontinuierlich. Seit dem Jahr 2000 übrigens um 60 Prozent. Infolgedessen sinkt die Zahl jener Städte, die den Grenzwert reißen. Wir haben das Sofortprogramm saubere Luft. Und seit dem 1. Oktober auch ein Konzept auf den Weg, womit die NOx-Belastungen noch weiter senken. Und bis 2020, Herr Grischer, nehmen Sie das auch zur Kenntnis, werden die Städte, die die Stickstoffdioxidbelastungen eben nicht, die die überschreiten, deutlich unter dem sein, zwischen dem, was wir heute erleben. Das sind alles übrigens Erkenntnisse, die aus einer Anfrage der grünen Bundestagsfraktionen stammen. Das sind Antworten der Bundesregierung auf Fragen, die Sie gestellt hätten. Ich hätte mir heute gewünscht, dass Sie darauf auch eingehen, wenn Sie schon parlamentarische Anfragen hier stellen, meine Damen und Herren. Und lieber Herr Grischer, es muss Ihnen auch gesagt werden, dass, aber eigentlich darf man sich gar nicht nur mit ihm beschäftigen, aber vielleicht sage ich es mal an die Allgemeinheit, dass ja die Förderprogramme, die auf den Weg gebracht werden, zum Beispiel in den Städten, was die Umrüstung der städtischen Flotten angeht, wo bisher nur die stinkenden Dieselbusse gemeint waren, wie Sie so gern von Ihnen erwähnt werden, dass man mittlerweile die kompletten städtischen Flotten umrüsten kann. Auch das hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht, aber auch davon hört man heute nichts von Ihnen. Nein, Sie zeigen mit dem Finger auf die Bundesregierung. Sie sagen, die Bundesregierung muss das alles mal machen. Aber ich sage Ihnen auch, gerade diese Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, die in den Kommunen vor Ort auch umgesetzt werden müssen, die betreffen Sie genauso, weil nur mit dem Finger auf den Bund zu sagen, ist manchmal zu wenig, wenn man selber an zahlreichen Landesregierungen beteiligt ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das führt mich zum dritten Punkt. Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst die Messstellen überprüfen. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Brunold, ich habe jetzt im Vorfeld Ihrer Rede bereits über den ARD-Ticker gelesen, was Sie alles sagen in der Rede. Das war ein bisschen vorher, bevor Sie es schon gesagt haben. Und ich habe dort auch gesehen, dass das Bundesumweltministerium ja auch die Überprüfung der Messstellen anordnet. Und das finde ich grundsätzlich positiv. Und das begrüßen wir auch als Fraktion. Wir sagen Folgendes. Wir sind der Meinung, dass wir die Bedeutung der Messwerte in den Mittelpunkt stellen müssen. Uns eben nicht darum geht, die schlechtmöglichsten Messwerte zu messen, sondern reale Messwerte und realistische Schadstoffwerte ermittelt werden. Darum geht es in der Diskussion. Und es liegt deshalb, ist es so wichtig, weil ja, wenn wir in den ganzen Gerichtsverfahren darüber diskutieren, da stellen wir doch fest, dass in den Verwaltungsgerichtsverfahren eben gerade diese Messwerte der essentielle Punkt ist und das die Menschen ja auch, wenn sie zu uns kommen, zu Recht anmerken. Und zu Recht geht es da um die Messwerte. Und es geht um vergleichbare Messwerte in ganz Deutschland, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben die Verkehrsminister der Länder zu einer Verkehrsministerkonferenz beisammen gehabt. Und da wurde zum Beispiel auch vereinbart, dass man sich kooperativ auf den Weg macht, um diese Messstellen zu überprüfen. Messstellen, kooperativ. Kooperativ ist das Stichwort. Es gab eine Protokollerklärung, zum Beispiel des Landes Baden-Württemberg, des Landes Berlin, von Bremen und von Hessen, die dem Beschlussvorschlag nicht zustimmen. In der Weiteren steht dann, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, wenn in einzelnen Ländern Anlass besteht, soll eine Überprüfung durch die zuständigen Landesbehörden erfolgen. Kooperativ geht anders, lieber Herr Grischer und liebe Kollegen von den Grünen. Sie stellen sich hierhin, sagen, die Bundesregierung tut nichts. Dabei haben Sie es selber auch in der Hand, in den Ländern Kontrollen und die Überprüfung der Messstellen anzuordnen. Das können Sie alles auch vor Ort mitmachen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme damit zum Punkt 4. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir die Novellierung des Bundesemissionsschutzgesetzes auf den Weg bringen und dass wir auch den Begriff der Verhältnismäßigkeit dort mit auch neu definieren. Die Frage ist doch, sind Fahrverbote verhältnismäßig? Und das ist die Frage, die uns die Menschen zurechtstellen. Und es muss eben auch geregelt sein, dass in Städten, in denen die Grenzwerte von 40 Mikrogramm zum Beispiel nur geringfügig überschritten werden, eben Fahrverbote in der Regel nicht verhältnismäßig sind. Allein diese Regelung betrifft Millionen Menschen in Deutschland. Und deshalb ist es richtig, darüber zu diskutieren. Kurzum, wir sind da bereits aktiv als die Regierungsfraktionen. Und es braucht eigentlich auch keinen Antrag von der FDP dazu. Aber zur AfD dann doch noch einen Satz. Zu glauben, wir müssten jetzt nur alle Messstellen zu verstellen, und dann hat man das Problem gelöst. Das ist eben irgendwie AfD-Denke. Aber es ist auch zu kurz gesprungen in diesem Land. Ich glaube, das ist kein Beitrag wirklich dazu, wie wir dieses Problem hinbekommen. Und abschließend, ich möchte dann schon auch persönlich darauf hinweisen, wir alle sind in unseren Wahlkreisen gewählt von Bürgerinnen und Bürgern, die uns doch zu Recht die Frage stellen, was tut ihr eigentlich, um die Luft in unseren Städten sauberer zu machen. Und wenn Sie da, Herr Krischer, sagen, wir sind da nur die Lobbyisten der Automobilindustrie. Ich war in meinem Wahlkreis unterwegs, war bei einem Familienunternehmen, 800 Mitarbeiter, Automobilzulieferer für den Daimler. Und da stehen eben auch 800 Leute dann vor dir und sagen, sag mal, was tut ihr eigentlich? Wollt ihr das Problem lösen, oder wollt ihr hier eine komplette Industrie an die Wand nageln? Und ich sage Ihnen eins, wir werden die Diskussion und die ganze Thematik nur dann lösen, wenn wir beide schaffen, nämlich den Automobilstandort Deutschland zu erhalten, Arbeitsplätze in Deutschland auch zu sichern und auf der anderen Seite die Mobilität der Zukunft hinzubekommen, fortzuentwickeln. Und nur wenn wir beide schaffen, werden uns auch andere Länder auf dieser Welt folgen. Das gehört auch zur Wahrheit. Und das können Sie von den Grünen nicht ständig ausblenden. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt und wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der FDP mit dem Titel Stickoxid, Grenzwert und Messverfahren auf den Prüfstand. Während jetzt die Abgeordneten über diesen Antrag der FDP-Fraktion abstimmen, habe ich die Möglichkeit, Sie noch auf eine spätere Sendung hinzuweisen. Denn natürlich schauen wir auch, was international passiert. In Buenos Aires treffen sich ja die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten und ab 17.30 Uhr werden wir in der Tag über die dortigen Geschehnisse dann auch berichten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.